So, meine Freunde, Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe endlich den Film Gettaker geguckt. Der liebe Thomas, herzlichen Dank dafür nochmal, hat mir die DVD zugeschickt. Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich möchte euch ein bisschen was über diesen Film erzählen. Und dann werden wir auch mal so ein paar Gedankengänge durchgehen. Was hat das mit der Jetztzeit zu tun? Ich versuche immer solche Assoziationen wie 1984 und jetzt eben auch Gettaker zu übertragen auf die aktuelle Situation und generell unsere Gesellschaft. Wer nicht gespoilert werden möchte, wer den Film noch nicht gesehen hat, natürlich jetzt hier nicht weiter gucken. Dementsprechend, also worum geht es bei Gettaker? Gettaker geht es darum, dass Menschen genetisch verändert werden können. Wir kennen diese Szenarien alle, dass die Eltern quasi auf Bestellungen ihrem Baby blaue Augen besorgen oder dass sie keinen Haarausfall bekommen ab einem gewissen Alter, wie das bei mir ist, dass sie verdammt groß sind, extrem stark sind, sportlich sind und so weiter und so fort. Man schafft also das, was wir uns alle irgendwie ausmacht, ab Normalität, Natur, dass wir Fehler haben, dass ich zum Beispiel aktuell ein bisschen Probleme mit meinem Knie habe, dass ich nicht perfekte Augen habe, ich habe die Augen operieren lassen und so weiter. Das sind alles solche Punkte, die bei Gettaker einen Grund dafür spielen, in diesem dystopischen Szenario, ähnlich wie 1984, wo auch so eine Dystopie dargestellt wird. Dann geht es aber dorthin, dass zwischen zwei Menschenarten unterschieden wird. Einmal normal reingeborenen Menschen und Menschen, die genetisch verändert wurden. Die genetisch veränderten Menschen sind der bessere Teil der Gesellschaft, der bessere Teil insofern, dass sie perfekte Jobs bekommen, einfach nur per Blutprobe, wenn man direkt sehen kann, er lebt sehr, sehr lange, er hat keine Kriminalitätsgene in sich, so nenne ich es jetzt, er ist perfekt, er hat zum Beispiel die perfekten Fähigkeiten für diesen Job etc. und es wird gar kein Gespräch geführt. Reine Blutprobe überzeugt schon davon, dass der Job okay ist, also dass er okay ist für den Job, der Beste. Und diese Zweiklassengesellschaft extremisiert sich oder zeigt sich weiterhin darin, dass Menschen, die eben nicht genetisch verändert wurden, Standardmenschen oder schlechte Menschen sogar sind, die beispielsweise für einfache Arbeiten wie dem Putzen von Gebäuden zuständig sind, von Toiletten usw. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Geschichte noch eingehen, wie das Ganze, die Story, die drumrum gemacht wurde, das könnt ihr euch gerne mal in Ruhe angucken. Wir gehen noch ein bisschen weiter auf die Situation ein, die sich dadurch einstellt. Denn es passiert, da gehen wir jetzt inhaltlich kurz auf einen, dass der Hauptdarsteller Ethan Hawkey hingeht und die Identität eines anderen Schauspielers, hier Jude Law in der Rolle, einnimmt, weil er wiederum seine Rolle nicht mehr wahrnehmen kann, spielt aber auch nicht die große Rolle. Es geht darum, dass aber diese genetisch veränderten Menschen permanent überprüft werden, ob sie denn auch noch diese Person sind oder ob jemand nämlich eben so einen Switch gemacht hat. Und dann geht er zum Beispiel hin und klebt sich hier Fingerabdrücke auf, wo drunter auch Blut ist, damit erstmal sein Fingerabdruck okay ist und wenn er gepikst wird, die Blutprobe, das Blut von dem Original ist, sage ich jetzt mal. So schleicht er sich quasi in diese Situation rein und schafft etwas Unvorstellbares. Er schafft es, obwohl er die genetische, deutlich schlechtere Ausgangsbasis hat, schafft er die hohen Anforderungen in diesem Job wahrzunehmen und im Gegenteil, er ist sogar noch Klassenbester, sage ich jetzt dazu, sogar noch besser als viele anderen und sticht dadurch deutlich hinaus. Was zeigt das? Was sagt uns das? Schon mal direkt so ein bisschen Fazit vorweg. Es zeigt doch einfach ganz einfach, Menschen können Makel haben. Menschen können trotz Makeln doch perfekt sein. Menschen können auch mit Makeln Bestes erreichen. Vielleicht sogar auch besser als diese gentechnisch veränderten Menschen. Man sollte auf keinen Fall seinen Traum auch nur annähernd irgendwie aufgeben. Das zeigt dieser Film wirklich grandios auf. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein weiterer Punkt, gehen wir nochmal einen Schritt zurück zur Storyline, auch wenn ich da, wie gesagt, nicht so sehr darauf eingehen möchte. Ein Tatverdächtiger, weil es passiert natürlich nur ein Mordfall und so weiter, ein Tatverdächtiger ist auch der sogenannte Direktor dieser Firma, Institut, wo er dort arbeitet. Und eine ganz interessante, ganz kleine Nebensache, die er erwähnt hat. Man hätte es viel besser noch darstellen können. Film war gut, aber war nicht alles perfekt umgesetzt. Ich habe noch einen anderen Kritikpunkt, aber jetzt erstmal dieser hier. Der Tatverdächtiger Direktor, zumindest für einen kleinen Moment ist er das, sagt, nein, ich kann nicht der Mörder sein. Gucken Sie sich mein Blut an, gucken Sie sich meine Genetik an. Ich habe keine Kriminalitätsgene oder sonst was in mir. Was passiert? Das ist einmal durch, das Thema ist okay. Aber das Krasse ist, er war doch der Täter. Und das sagt doch wiederum ganz viel darüber aus, dass nämlich eben nicht alles in unseren Genen irgendwie festgeschrieben ist. Weiter Kritikpunkt, was hat mir gefehlt? Mir hat gefehlt beispielsweise so ein Gespräch, wie man das ganz unangenehm aus manch anderem Film kennt, dass die Eltern ein Gespräch führen, ja Schatz, was denkst du denn? Sollte der grüne oder blaue Augen haben, der Junge, den wir uns jetzt hier genetisch machen lassen? Oder, Schatz, was denkst du denn? Sollte der lange Beine haben? Sollte der dunkle Haare haben? Helle Haare oder sonst was? Das hat mir ein bisschen gefehlt. War schade drum, dass das nicht noch weiter vorhanden war. Dementsprechend unterm Strich, man sollte ihn gesehen haben, finde ich, weil es zeigt ja sehr, sehr viel auf, wie gläsern der Mensch in diesem Film oder in diesem Szenario, in diesem Dystopie ist. Dass nämlich eben alles gescannt wird, der Staat, halt auch die Firma und was weiß ich, was da alles dahinter steckt, wissen alles über jeden. Das heißt, sie wissen, wann er stirbt, wie lange er lebt. Dementsprechend hängt das zusammen. Wissen um seine Krankheiten, wissen um seine Fehler durch die Genetik und so weiter und so fort. Und nur darauf basieren, nicht das, was man geleistet hat, sondern man wird quasi vorverurteilt oder vorbevorteilt durch seine Gene. Und wie gerade geschildert, bekommt man dann beispielsweise einen Job oder man bekommt ihn eben gar nicht. Ich fand es spannend, war eine coole Empfehlung von euch, auf jeden Fall. Und dementsprechend, schreibt mal rein, wenn ihr den Film gesehen habt unten. Freut mich, bis zum nächsten, abonnieren, nicht vergessen. Achso, sorry, ganz wichtiger Punkt, natürlich noch die Verbindung zur Heutezeit. Das hätten wir jetzt fast vergessen. Zur Heutezeit müssen wir das Ganze natürlich auch noch ein paar Parallelen ziehen. Wir sehen doch auch, dass wir eine ganz klare Zweiklassengesellschaft mittlerweile haben, zwischen Punkt, Punkt, Punkt und nicht Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Dann sehen wir natürlich ebenfalls, dass die Entwicklung der Menschen dahin geht, ja, du kannst das nicht, du bist darin schlecht. Oder, was hast nun du da für ein Muttermal, was hast du da für einen Pickel, wo ich hier gerade sehe, dass ich einen Pickel habe oder sonst was. Und man wird direkt schlechter behandelt. Genauso, auf den Gläser Menschen nochmal offen zu stellen, wenn man beispielsweise mit Kredite hat oder irgendwo bezahlt, Payback-Punkte sammelt oder ähnliches. Man gibt zahlreiche Informationen über sich preis. Genauso wie auch hier, die Informationen sind bekannt über die Menschen. Schreibt eure Meinung jetzt unten rein. Bis zum nächsten, danke und ciao.